Musik Die Weckerei wurde geplant zwischen 2010 und 2013. Wir haben die ersten Produkte ab Mai 2016 ausgeliefert. Musik Die Frage war für Niverplus zwölf flexible Verpackungslinien im Brotbereich. Zwar wollten wir tiefgekühlte Teiglinge verpacken, den einen Teil automatisch und den anderen Teil manuell. Wir haben Niverplus gemeldet, weil es flexible Lösungen anbieten konnte. Was für uns ein ganz wichtiger Teil war, ist, dass wir flexibel sind für die Zukunft und dass wir Ausbaumöglichkeiten haben. Und wir konnten eine sehr schnelle, sehr gute Projektsportschritte erzielen. Was uns letztendlich auch geholfen hat, den gesamten Produktionsprozess und den gesamten Prozess schnell nach vorne zu bringen und die Anlagen in Betrieb zu nehmen. Wir hatten mit Niverplus eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Wir haben in kleinen Projekteams sehr eng miteinander gearbeitet, intensiv miteinander gearbeitet. Wir hatten uns x-fach getroffen, immer wieder nach neuen und flexiblen Lösungen gesucht und konnten eigentlich diese sehr schnell auch dann umsetzen. Und das Resultat ist, dass wir hier zwölf Prozesslinien von Niverplus installieren konnten. Musik 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 Vielen Dank.